Herzlich Willkommen beim BFC TV. Gerade zu Ende gegangen das Pokal-Halbfinale SCC Berlin gegen den BFC Dynamo. Der BFC schaffte den Einzug ins Finale. Anlass jetzt für uns auch zu feiern 50 Flitschspiele für Stefan Flauder, unserem Torhüter. Diesmal die Pokalübergabe vom Sonderzug Pankow übernommen vom Ringo. An der Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch Flaudz zu 50 Flitschspiele im Trikot des BFC. Vielen Dank. Glückwunsch für 50 Flitschspiele und Glückwunsch zum Finale erreden. Ja, danke. Danke. Wir kommen hier an der Kamera, ne? Stark, ey. Flaudz, war relativ schnell entschieden die Partie. Nach ein bisschen mehr als 20 Minuten, drei Tore. Wie lief es dann für dich als Torhüter? Ja, bei solchen Spielen hatten wir meistens nicht viel zu tun. Wichtig war, dass wir hier rechtzeitig das Ding entschieden haben. Und ja, wir haben das erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Und jetzt kann das Finale kommen. Ja, Prognosen wollen wir dazu natürlich nicht liefern. Bei einer Partie geht es gerade noch in die Verlängerung. Wir schalten jetzt zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Dankeschön.